Herzlich Willkommen, liebe Leute, zurück auf den Dachboden. Herzlich Willkommen. Hey, hier ist Ready Moon. Ja, und hier ist Albert Schweibert. Nein, Quatsch. Der spielende Mensch ist ja da, Homo Ludens. Wir müssen mal gucken. Aus des Leopold. Komplette Werke. Ah, hier ging es ja nochmal ums Singen, genau. Genau, wir müssen ein Mikrofon finden. Wir müssen ein... Was müssen wir noch finden? Lichter. Das hast du dir alles gemerkt. Ja, und noch eine dritte Komponente. Ich habe mir nicht alles gemerkt. Okay. Wir müssen die Bühne ja vorbereiten. So, wir haben neue Fähigkeiten bekommen. Also ich habe jetzt hier... Ich kann dir diese Disc werfen. Was habe ich gerade getan? Nein, ich kann schießen mit meiner Stimme. Ja, halt mal gedrückt. Das geht wirklich nicht anders. Prüfer mehrmals. Ja, da. Das ist echt ernsthaft. Warte mal, ähm... Ja. Kannst du auch mit spielen und singen? Warte mal, wo bist du? Warte mal, warte mal. Okay. Nee, sonst sind die nicht. Ja, okay. Ja gut, wir werden ja sehen, welche Rätsel hier das bereithält, ne? Ja. Wollen wir mal probieren kurz? Warte mal, warte mal. Was ist das? Oh, Rennen. Wo bin ich davon? Du musst starten. Beschleunigen mit R2. Und das war's? Nur beschleunigen? Ja, ja. Kennst du das nicht? Hast du das im echten Leben noch nie gespielt? Ich überlege gerade. Ja, das ist zu lange her. Ich schon, ey. Und da fahre ich zu schnell, dann fliegt man aus der Kurve. Ach so, weil ich denke gerade, wieso rase ich so? Ich sehe schon, dass es... Ohne im echten Leben, glaube ich, bin ich da jemand aus der Kurve geraten? Ups. Ah, die fliegt aber ziemlich schnell über. Ups. Eine coole Strecke. Das war ja auch immer das Coole, dass die so flexibel baubar waren. Aha. Ah, ich mag das. Da hätt ich auch mal wieder so Spaß dran, muss ich sagen. Ja. Ich fliege immer nur durch die Ecken hier. Ja, war ja klar. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Warte doch. Ich fahre noch. Ah, hier. Ich kann das Schild auch zum Schützen benutzen. Ach so, ich kann abbrechen. Ich dachte, ich muss jetzt so lange fahren. Sieg mal auf das Schild, bitte. Äh. Ne, das funktioniert nicht. Haben wir gar keine Interaktionsmöglichkeiten. Schade. Auch mal hier gibt es einen Schallplatten. Äh. Ups. Alle beiseite gelegt. Wow. Zack. Backstage. Da ist die Bühne der Rücken. Hahaha. Okay. Süßere Ort, ne? Ja. Zack. Oh, solche Dinge hab ich auch. An meiner Wand. So. Ups. Ups. Habe ich den Abstand falsch? Wow. Ich bin drüber gekommen. Guck mal. Ah. Na, dein Charakter will nicht singen. Aber das werden wir ändern. Und ich kann schreien? Ach, das soll Schreien sein. Okay. Oh, das ist ne Videokassette. Hahaha. Cool. Mit Retro-Feeling. Demo Nummer 5. Sind das alles ihre, ähm, Kassetten? Demo One. Final Five. Hahaha. Zeit auf der Spaceman. Ah, hier kann ich singen. Äh, lass mich durch! Ah. Ich kann nichts tun. Cool. Ja, mein Traum des Gärtnerns hatten wir ja schon. Hahaha. Hä? Achso, okay. Du musst warten, bis ich die hoch... Ja. Musst mich mal rüberbringen. Aber es wirkt nur auf die. Jetzt bin ich am überlegen, muss ich vielleicht selber drauf... Oh, nein, kann ich nicht. Du kannst ja unten auf die, auf die Landschaft einfach... Nee, kann man nicht. Ah, ich muss selber hier... Warte auf mich, warte auf mich, warte. Okay. Oh, ich bin... Ich hör gleich auf. Ja. Weil sie kann nicht so lange singen. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Eins, zwei, drei. Das heißt, wenn ich sterbe, stirbst du auch, ne? Huh, das war knapp. Hahaha. Aber das Ding hört sich voll gut an, jetzt? Ja. Mann. Yay. Hey, tschau. Hey, tschau. Hahaha. Zack, zack. Oh. Hä? Huch. Ah, ich war auf der Box da, siehst du das? Auf dem Lautsprecher, meinst du? Ah, also bist du so rübergekommen. Kann ich hier was abschmeißen oder so? Nee, noch nicht. Okay. Gehen wir ein bisschen weiter. Hm. Hm. Warte mal, hier ist wieder was zum Singen. Das heißt, du musst irgendwie zu mir kommen, ey. Kannst du dein Seil benutzen? Warte mal, kann ich vielleicht selber... Huch. Ja, stimmt, ja. Huch, das war knapp. Boah. Wede, ey. Ich bin immer hier, Leben am Limit, ne? Ja, aber nicht freiwillig. Oh Mann, ey. Okay. Kommt da was? Warte mal, glaub ich. Warte, und ich kann doch theoretisch von hier aus. Oh Mann, du musst... Ja? ...schnell rüber. Oh. Du bist direkt nach mir, noch, weil... Wuhu. Huch! Was geht denn hier vor sich? Ja, ohne mich kommst du nicht weit. Du willst jetzt sterben. Du musst dich ziemlich beeilen. Warte mal, ich geh da hin. Ja, und dann? So. Dann schießt du mich rüber und dann nach. Gleich wieder dich. Gleich dich jetzt. Gleich dich jetzt. Nee, zu spät. Hä? So, warte mal. Warte mal. Wir können eigentlich auch zusammen einfach springen. Ja, musst du halt gucken. Und dann? So. Na gut. Dann bist du jetzt wieder dran. Und jetzt? Boah, das war ja cool. Guck, jetzt kriegen wir sogar Münzen. Ey, die hauen ab. Hä? Ah, jetzt. Einen hab ich. Ich hab auch einen. Kann ich die hier irgendwo? Gibt's noch welche? Nee. Ach, der steckt. Wuch! Inhalt von der Jukebox, Alter, schwierig. Das hört sich voll cool an Die Musik ist auch hier so schön Nicht so schön? Doch voll schön, umgekehrt Das ist ganz nett, ja Boah, was passiert jetzt, ey? Hä? Halt hier Warte mal Oh ja, das war richtig Warte Ich check gar nicht Was? Sieg mal das oberen Mikrofon da rein Ah, siehst du, was bei mir passiert? Nee, was denn? Ja, guck mal Ich gucke Ah, bei dir kommt dann der Ton raus Okay, also musst du das irgendwo hinhalten Irgendwo hinhalten, ja Mach mal so, mach mal Nein, du musst schon ins Mikro sehen Einmal Haben wir nicht gerade gesagt, wir machen das Ding nicht kaputt? Und wir machen gerade das Ding kaputt Ja, okay Ja, gut, ich hab das gesagt, ne Warte, ich hab nicht so viel Kraft, ich musste mal aufladen Ja, ist auch gut, glaub ich schon Bin drüber Ich hab da noch was zu stecken Ich hab da noch was zu stecken Oh, jetzt ist der Regler hoch Woah, check out the size of that thing Watch your ears, Cody Woah Let's fire this baby up Let him rip me Und jetzt nochmal Ich glaube, du musst irgendwie hier rüber Ja genau, du musst hier rüber und dann singst du hier rein, aber wie kommst du rüber jetzt? Wie komm ich denn rüber, ja Warte, mach mal, lass uns das mal weiter kaputt machen Okay Nicht immer Alles wird zerstört durch die Macht der Sterre Hm Wo ist das Ding irgendwo drauf montiert? Ach so, ich bin auch doof Hm? Ist gut, ist gut, ist gut Ich bring dich jetzt nochmal da vorne Mhm Ich transportiere ja sozusagen deine Stimme Ja Deswegen stelle ich die jetzt mal da oben hin Ups Nee, noch nicht, noch nicht Noch nicht So, ablegen Ja Jetzt kommt das Mikrofon hier Jetzt den Lautstärkeregler Ahhhh So Ja Waaah 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 Das hast du erwarten, ey Wieder fliegen wir durch die Gegend Aber die muss zur Seite, nicht nach unten Ja 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 Negrons und Scheinwerfer Ah, du kannst das Ah, und dann komm ich durch Cool Okay Ich bewege das, ne? Wow Oh Du musst mir die Farbe vorgeben, in welche Richtung du willst Gelb Gelb will ich so Okay, dann laufe ich zu gelb Ich dachte, das würde sich dann bewegen Nochmal lila? Ach, lila Ah, immer lila Nochmal Weiter geht nicht Ach so, hier ist zu hoch Okay, dann einmal gelb Genau, und jetzt, äh, ich würde sagen rot, ein paar Mal Das sieht gefährlich aus Ja Okay Welche Farbe? Ich muss da rüberspringen wahrscheinlich, während das sich bewegt Ja, rot Mach mal ganz oft rot Okay, super Jetzt, äh, lila Ganz oft Jetzt nochmal rot, aber mit Ansage Zählen wir runter Eins, zwei, drei Okay, alles klar Lila ein paar Mal Lila Stopp, 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 stopp Äh, jetzt einmal mit, äh, gelb Ja, so Äh, und jetzt grün, aber mit Ansage Mhm Eins, zwei, drei Stopp, na stopp Okay Jetzt weiter, weiter Ein paar Mal Äh, lila Sehr gut, ich bin drüben Sehr gut Valet Yeah Was geil Ah, gleich gehen die Leser kap... Ah Cool, jetzt Ah, links Oh, hier, was für eine coole Rolle ich immer mache Jau Jau Yay Hä? Achso Okay Achso Oh nein Wie kann ich selbst in so einer Situation einfach sterben? Höhöhöhö Mann, ey Huch Oh, eine E-Gitarre Cool Oh, wie cool Oh, wie cool Warte mal, ich komme Ja Okay, alles klar Danke Bitte Die singt echt voll schön Warte mal So, zuck Was machen wir überhaupt Weiß ich nicht Ups Wo bin ich Und was tue ich hier? Äh, wo müssen wir hin? Ups Knapp daneben ist es auch vorbei Müssen wir hier ein Lied spielen oder so? Oh, warte mal Ich habe was gefunden Ja Nein Nein Ich glaube, ich muss auch das einmal singen, ne? Damit Du musst erst mal drauf Ja, hier geht's lang Ja Ah, Kassette Let's go Ah, die Kassette Oh, nun Muss man Uh Oha Nein, 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 nein Und wieder geht's nach unten Und schon wieder Oh nein, warum bin ich da hinten Toll Okay, du musst erst mal den Link Oh Warum bin ich jetzt einfach gestorben? Warte mal Warum sprichst sie so kurz? Ups Oh, Mann, nein Und hier ist ein Stromschlag, ja Wuch Sehr gut Was ist das? Hast du verstanden, wie das funktioniert? Ja, du musst dann drauf springen Okay Wuhu Ich bleib jetzt hier Was? Ich werd von den Dingern erwischt Und bin auch gleich tot Also, kannst du den Roten näher ran machen? Ne Warte, ich warte, bis das durch ist Warte mal Wuhu Wuhu Du wurdest gestrungen Okay Okay Ach so, jetzt hab ich's gecheckt Warte mal So Jetzt bist du dran Endlich Ball Soll ich das wieder runter? Wo bist du? Ich seh dich gar nicht Ach da Ah, noch weiter runter So, warte Er springt zu weit Ja Oh, ich hab ne Idee Ich hab ne Idee So, warte So, sehr gut Und jetzt kommt wieder Ein Doppelsprung Mhm Recording Ja Das war mal ein Mikrofon Ja Das ist kaputt Ja Ja Oh, alles hier gut ist nicht Oh, aus den Gegner Oh Warte mal Ich kann ihn ablenken, guck mal Ah, sehr gut Oh No, 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 no Ach, du öffnest auch die Klappe da Die klingt sehr gut Uff, warte mal Ich bin tot Sehr gut Okay Und nun? Hm Hier hin Ist hier jemand? Warte Wow Da ist das Vieh, der muss vielleicht singen Ja, sehr gut Ah, das muss ich machen Wie? Sonntag Die Todesstacheln Da ist oben wieder einer Huch Ich sollte vielleicht auch mit drauf Ja, ich war da ein bisschen zu schnell, muss ich sagen, Entschuldigung Warte mal Warte, ich komm mit Ja Okay, nochmal Link schnell Mir geht halt die Stimme aus, nach einiger Zeit, ja So Mhm Ah Was? Was? Der hat mich Ach, du musst die ganze Zeit singen Okay, warte Oh Ups Mich hat er auch erwischt Das zusammen machen Warum spuckt er mich nicht aus? Achso Drei Zwei Eins Go Sorry Aber sie hört jetzt auf zu singen Warte, sie muss Warte, warte, warte Ich muss mich erst erholen So, jetzt Ah, das funktioniert nicht, ne? Sie muss doch schon die Finger ansingen, ne? Ja Also muss ich tatsächlich wieder zurück Achso, du musst sterben Nein, zurück Warte, warte Ich warte, bis sie sich erholt So Und jetzt Eins, zwei, drei Los Okay So, warte, warte, warte Ja, ich warte wieder Dann musst du auch wieder vor mir drauf, hier Ah, sie kann nicht gleichzeitig singen Und, ups Ich hab's verstanden Dann lerne ich vernünftig zu springen Achso Achso Ah, sie hat fast überlebt Aber gut Wir warten jetzt beide Und dann Warte mal Warte mal Warte mal Die sind noch bei mir Komm Jetzt nicht mehr Warte, warte, warte Nee, weil die sind gerade auf mich fixiert Deswegen Siehst du das? Aber nicht alle vier Nicht alle vier Nicht alle? Dann komme ich kurz rüber Ups Was? Ich dachte, er macht mich gleich von der richtigen Seite Ah So So So, ich warte jetzt auf dich Hä? Wieso funktioniert das bei mir und bei dir nicht? Ja, weil du singst Aussehen warst du gerade nicht die erste Ich war leider ein bisschen vor dir Okay Okay So, dann sag gleich mal Schwingen mit mir in Harmonie und sag dann, wenn du abspringst Oh, jetzt hat er mich Warte kurz Jetzt hat er mich auch Also, es muss ein bisschen schneller gehen bei uns Hä? Spuckt er mich endlich aus? Okay, also direkt ran, einsprung und dann los, wa? Mhm Los Dann los Ja, sehr gut Oh, hä? Aber ich singe doch Der hat mich trotzdem nicht gefressen Ja, machen wir einfach hier den Doppelsprung zusammen Warte mal Und singe schön, ja? Okay Eins, zwei, drei Achso Du musst ihn, glaube ich, erledigen, ne? Ja Jetzt Sehr gut Ja, das war knapp Huch Oh no Oh no Was kommt jetzt? Oh, was kommt jetzt? Was? Ich bin sofort tot Jetzt reiht mal auf der Schlange hier Wie krass ist das, bitte? Was ist denn was für ein Mikrofon, das so lange ist, ey? Wie krass ist das, bitte? Wo bist du? Ja, aber fuck, ich auch So, jetzt bin ich wieder da Oh, okay Oha Hä? Hä? Wie bin ich bitte gestorben gerade? Ich bin auch schon wieder tot Ich bin auch schon wieder tot Ach du meine Güte Boah Boah Geschafft? Ja Oha Oha Hat der mich erschreckt Okay, die haben wir auch Now, only the lights are lit Okay 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 Ja Okay 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 Yeah High Okay Okay amino